In diesem Video geht es um René Descartes. Ich erkläre dir, wer Descartes war und welche Ideen ihn berühmt gemacht haben. René Descartes war ein französischer Philosoph, Mathematiker und Wissenschaftler, der im 17. Jahrhundert lebte. Er ist oft als der Vater der modernen Philosophie bezeichnet, weil er viele neue Ideen und Denkweisen einführte. Sein bekanntester Satz ist «Cogito ergo sum», was auf Latein «Ich denke, also bin ich» bedeutet. Descartes wurde am 31. März 1596 in La Haye in Frankreich geboren. Er stammte aus einer wohlhabenden Familie und wurde auf eine Jesuitenschule geschickt, wo er eine solide Bildung in Mathematik, Philosophie und klassischen Sprachen erhielt. Später studierte er Rechtswissenschaften, aber sein Interesse galt der Philosophie und der Naturwissenschaften. Descartes' Philosophie drehte sich um die Suche nach der Wahrheit. Er war der Ansicht, dass man alles, was man weiß, infrage stellen sollte, um die absolute Gewissheit zu erreichen. Sein berühmtes «Cogito ergo sum» war das Ergebnis dieses Zweifelns. Descartes glaubte, dass der Geist und der Körper getrennte Substanzen sind und dass der Geist die Quelle des Denkens und des Selbstbewusstseins ist. Descartes entwickelte eine Methode, um zu wissen, was wahr ist, indem er alles infrage stellte. Er nannte das den methodischen Zweifel. Dieser Ansatz beginnt mit dem Zweifel an allem, was man bisher geglaubt hat, um nur das als wahr anzuerkennen, was absolut sicher ist. Descartes war auch ein brillanter Mathematiker. Er entwickelte die kathesische Geometrie, die algebraische Gleichungen mit geometrischen Formen verknüpft. Sein Koordinatensystem, das heute als kathesisches Koordinatensystem bekannt ist, wird noch immer in der Mathematik und Physik verwendet. Descartes studierte auch die Naturwissenschaften und entwickelte seine eigenen Theorien über Licht, Bewegung und Optik. René Descartes starb am 11. Februar 1650 in Stockholm in Schweden. Seine Ideen und Theorien hatten einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften. Heute ist er eine der wichtigsten Figuren in der Geschichte des Denkens und bleibt für viele Menschen ein großes Vorbild. Untertitelung des ZDF, 2020